Neulich wollte ich wieder an meinen Standardlog in der Schweiz, an denen sich schon zwei Schweizer total am austoben waren. Ich habe mit den beiden gequatscht, ich habe meine Rindern setzen dürfen, habe dann mitgebuddelt. Wir haben uns natürlich wunderprächtig verstanden und irgendwann kam halt die Frage ob ich Adventures in Gold Rush kenne. Ich habe es abonniert, ich gucke es ab und zu mir mal an, ich verstehe leider nicht warum er da das Equipment testet und zeigt, aber ja was ist denn mit dem? Ja der wollte heute wieder kommen, gestern war ja schon da, war etwas enttäuscht, heute wollte noch mal kommen. Gut, ich lass mich mal überraschen dachte ich mir, später kam er auch mit seinem Hund. hat alles aufgebaut, hat natürlich Kamera für YouTube gestartet, einige Stunden ins Land verstreichen lassen, Ruhe gelassen, später bin ich rüber gegangen. Wir haben Kontaktinformationen ausgetauscht und es werden demnächst auch Videos mit Rig folgen. Ich werde das alles auf Deutsch begleiten, wenn Leute nicht so mächtig der englischen Sprache sind, ich bin es jetzt auch nicht, bin auch kein Perfektionist. Mein Englisch ist in meinen Ohren eine Katastrophe, aber ich kann mich verständigen mit ihnen, anscheinend findet er mein Englisch okay. Lassen wir es einfach so stehen und abonniert einfach den Kanal um diese folgenden Videos nicht zu verpassen oder schaut öfters mal rein, wie ihr lustig und launig seid. An dieser Stelle danke fürs Zuhören, danke fürs Reinschalten. Auf Wiedersehen. Ich werde das bei den Krystal und der Nähne Euch auf einmal sehr gut für den Kanal arbeiten, ataque durch die Karte, Gold. Ich habe den Kanal heruntergeleicht, sie mir in die Aufmerksamkeit, und da war auch sehr gut. Da ist die Wowzeuge, Milch, eine Kannte, wenn es die Aufmerksamkeit ist.